Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu den Wasteland Stories, hier oben auf dem Dach, wo es schnuckelig ist, mit der Leminias. Guten Tag. Hallo. Hallo, Jolle. Mein Inventar ist voll, fällt mir gerade mal so auf. Ja, ist doch immer so. Wir haben ja lang nicht aufgenommen, gell? Wir sind mittlerweile in der 14.4. Jo, das ist korrekt. Und blöder Spiel will nicht, keine Ahnung. Wir wollten das die ganze Zeit auf dem Server zum Laufen kriegen, vielleicht hat ja einer von euch eine Idee dazu. Ich bin jetzt genervt. Nitrade-Server? Ja, ja, schon ein bisschen. Also es scheint nicht an Nitrade zu liegen. Es muss irgendwie ein Problem sein, der allgemein natürlich. Ich weiß es auch nicht. Also eine Random-Gen-Map, wie unser Let's Play, was wir auf dem Nitrade-Server spielen. Bist du runtergegangen? Joa, ich habe hier eine coole neue Jacke gefunden. Okay, also eine Random-Gen-Map, die wir auf dem Server spielen, läuft einwandfrei. Überhaupt gar kein Thema. Sobald, nein Quatsch, eine Random-Gen-Map, Quatsch, Nevis-Gain, so eine Nevis-Gain-Map wie in dem Let's Play, in dem Standard-Let's Play mit Jack und so, läuft einwandfrei. Sobald wir hier eine Random-Gen-Map auf dem Server starten, ist Zappeduschter. Da funktioniert ja nicht mehr. Dann kannst du zwar noch dein Kennwort eingeben, erfinde den Server auch, du kannst ein Kennwort eingeben. Und im nächsten Augenblick. Es ist alles im Arsch, ihr Lieben. Das nervt einen auch so tierisch. Ich muss ja sagen, das nervt einen. Und dann sage ich dir schon, komm, Binias, lass gut sein. Aber nein, du machst immer weiter. Das kann nicht sein. Das haben wir ja schon letzte Woche probiert, das ging ja auch letzte Woche so nicht. Boah, es ist ja immer noch Zappenduschter hier unten, ne? Hast du Licht? Ja, warte mal ganz kurz. Wir sind doch irgendwie rüber gelaufen. Ne, wir waren schon auf der anderen Seite. Ich muss mal hier ein bisschen laut machen. Was musst du laut machen? Lauter machen. So. Oder dich leiser. Ist halt wurscht. Oh nein. Ja, doch. Jetzt schaufel ich auf. Hey, willst du ein paar Gläser haben? Ne, ich bockse auf. Das ist cooler. Männlicher. Dauert noch 45 Schläge. Geh mal weg. Siehst du, meins ist auch kaputt gegangen. Ja, ich hab eine Leuchte. Dachte ich. Ja, ich hab eine. Komm runter. Ja, wir waren ja schon. Wir sind ja hier drum reingekommen. Wir sind ja woanders rein. Ja. So, jetzt hacke ich hier auf. Ich will raus ins Licht. Die Überlegung. Am 11 Uhr, der Tag ist jung. Ja, wir haben ja überlegt, hier unsere Basis reinzubauen, aber nach reiflicher Überlegung haben wir gesagt, nö. Ne, nach reiflicher Überlegung haben wir gesagt, dieser Kontrast, und das geht so auf die Augen, das tun wir euch nicht an. Wir suchen uns was Hübscheres. Hörhübscheres. Hörhübsch. Gut, lass uns weiterziehen, wa? Bin ich eingesperrt? Bin ja. Ich bin draußen. Hilfe. Komm doch da raus, wo ich auch immer raus wollte. Ja, 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 ich bin neben dir. Aber wir gehen drüben natürlich noch lupen. Das machen wir noch. Oh, ein Scheinwerfer. Ich will ein Scheinwerfer haben. Das kann ja nicht sein. Äh, Glasspane. Weg. Nein, das gibt... Ja. Das ist immer noch so leise. Weißt du was, die Waffenteile, bis ich hier Waffen herstellen kann, ist ja, weißt du? Ja, das kannst du... Du musst mal Waffen lernen. Das kannst du alles scrappen. Das hab ich, äh, solange ich keine... Hier, Rifle Stock. Lass mir die Ruhe. Pistole. Ja, alles weg. Pistole, na, wohl, die könnte ich aber verballern, wa? Ich scrappe jetzt. Ist mir jetzt egal. Die Pistole kannst du behalten, aber so die ganzen Waffenteile hau ich immer weg, solange ich noch keine Basis hab. Waffen. Ja, genau. So. Hab ich schon erwähnt, dass ich gerne so ein... So ein Better Inventory Tweaks hätte. Ja, wir werden übrigens demnächst nicht mehr Seven Days zusammenspielen, sondern wir werden andere Spiele spielen. Was? Und zwar, wir steigen auf Minecraft um. Das ist viel cooler und da hat man voll den Erfolg auf YouTube, hab ich gehört. Ja, wir können ja Live in the Woods spielen. Na. Na? Das ist schön. Eigentlich ist das ein schöner Mord. Wir wollten nochmal, weißt du noch, wir wollten nochmal so eine Map spielen. Kannst du dich erinnern? So drüben rein? Ja, ja. Hilfe, ich bin schon wieder eingeschlossen. Mach das nicht. Kannst du dich erinnern? Wir hatten nochmal so ein Modpack rausgesucht. Weißt du noch, wie das hieß? Ja, ja, ja. Das war irgendwas mit... Oh Gott. Science? Science Blah. Science Blah. Ja. Das ist ein Modpack. Ach Mann, du warst... Warum ist das so hell? Hier ist alles so überstrahlt. Du hast dann... Haben die was geändert? Haben die wieder die Filter hier rein oder so ein Kram? Das hat deine Gamma bestimmt wieder auf 110 Prozent oder was? Nee, auf 90. Oh gut, das hab ich auch. Das hab ich auch. Hm. Nö. Nix an... Ey, bleib mal ruhig da hinten. Bleib mal ruhig, Zombie. Kriegst du den? Oh, Vorsicht. Na, der ist... Der ist ja hier... Sie wandert ja mit mir mit, während ich hier die Autos durchloote. Das ist nett. Dann geht's dem Bienen nicht so auf den Keks. Ah, fucky raus. Ich hör ja noch einen Kater. Was hab ich denn da? Kaffeebohnen? Ich dachte, was ist das für eine Kette? Wie, du hörst einen Kater? Ach, wie schön wär das denn, wenn sie noch im Pamper... Ja. Also hier. Ja. Ich kann... Ich kann mithalten. Ich hab auch zwei. So. Wofürst du mitspielen? Demnächst sogar drei. Mal gucken, wie der sich verhält. Oh, ich bin ja mal gespannt, wie es da mit euch wird. Der kommt doch jetzt auch irgendwann im April, oder was? Hast du? Ja, ja. Eine Woche. Mhm. Ja, sweet. Aber ich mein jetzt auch mal... Oh, mein Ding. Eingangsoffen. Ähm, wie Eingang? Ich bin da schon drin, du Hampelmann. Ich mach Glute. Ich hab mir hier Zugang gebraucht. Kannst du endlich rein. Ich bin hier schon hart. Und blaues Shirt. Es gibt jetzt übrigens, ähm, Pullis. Ja, es gibt so viel Neues. Und jetzt, äh, mit Jahr 14.4 kam auch eine neue, ähm, also so eine Militärbase. Militärlager kam noch hinzu. Ja, aber die halt sehen werden. Aber das werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr sehen, wenn wir hier weiter drauf spielen. Ne, wir spielen ja Minecraft. Achso, ja, ja. Das... Okay. Das... Lass uns doch Anturne spielen. Lass uns Anturne spielen. Und Rust. Binja, es sind noch so viele Zeugeläste. Ah. Achso, ich hab ja jetzt auch einen Mininghelm. Ja, wir haben Licht, ihr Lieben. Binja, willst du denn meine Fackel haben? Damit du überhaupt was siehst? Ähm... Bist du mit mir in der Nähe? Ich bin hier schon tief verwurzelt im Bunker, sag ich dir. Ich hab einen Mininghelm. Hat sich erledigt. Ah, bring mal. Ähm... Oh, eine Sledgehammer-Shamatic. Na? Hat was, ne? Green Shirt. Wir haben es mir gar nicht zu... Was... Was hast du für eine Schamatic? Sledgehammer. Sledgehammer-Shamatic. Ja, das hab ich schon gehört, aber... Ich bin Mann. Ja. Da... Muss man lernen, auch mal... Hast du auch so einen Tunnelblick? Äh, als Mann? Ja, zum Beispiel beim... Beim Kühlschrank. Mein Mann findet ja zum Beispiel nicht die Butter, obwohl... Obwohl sie vor ihm liegt. Dann sag ich immer, Schatz, wo ist denn die Butter? Und dann sag ich immer, der macht da mal die Augen auf. Nee, ich kenn das immer anders. Ich hör immer aus der Küche, Schatz, wo ist denn? Und dann sag ich, schon gut. Da musst du immer noch ein Momentchen warten. Hallo, guten Tag. Ja, ich hab was für dich. Guck mal. Warten, ich hab keinen Platz. Kann ich nicht mehr drum. Ja, wie, warte? Moment, scrubben. Jetzt. Oh, Leatherpants. Du kennst mich schon. Na, hab ich doch... Ich hab's gerade gelesen und dann hab ich noch einmal eins gefunden. Gott, das ist echt... Was haben die denn hier gemacht mit den... Mit den... Mit den Helligkeitsstufen in diesem Spiel? Ich... Das fragst du mich. Es ist... Es ist ja nicht die Helligkeit. Irgendwie ist das alles so über... Übersättigt. Also... Naja, sieht aus, wie wenn du tief im Licht aber im Photoshop verwendet hast. Ja. Hier geht's wieder hoch. Ich bin auf der anderen Seite wieder hoch. Einmal ein bisschen zu viel, ähm... Wie heißt der Filter? Filter, Filter. Wie heißt denn der? Den benutze ich eigentlich auch mal ganz gerne. Ja. Aber nicht so... Aber meiste ja den anderen. Ja, ja, genau den. Das so... Los, raus hier. Ich hasse es mit vollem Inventar loszurennen, aber wir sind jetzt durch. Glaube ich. Ja, wir sind jetzt durch. Ich will hier weg. Ich will jetzt hier weg. Ja gut, komm. Los, raus, 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 raus. Komm raus hier. Oh, geil. Du hast so einen Ledermantel. Ja, okay. Fetzig. Wirst du es schaff? Ich verstehe schon. Fetzig. Oh nein. Oh, guck mal, wie gut der aussieht. Na ja. Von den Texturen her. Alter, die haben aber auch echt nochmal das alles überarbeitet. Kannst du sagen, was du willst. Haben wir so gut gemacht. Oh, Licht aus. Viel zu hell hier. Das geht. So, Abschied aus, äh, ne? So. Tschö. So, tschüss. Äh, wo kamen wir her? Von welcher Richtung sind wir gekommen? Ich hoffe, wir müssen, wir müssen nach Süden kommen. Die Richtung ist gut. Die Richtung ist gut. Süden ist gut. Nach Süden. Wir sind ja hier immer noch random, ne? Random Gen. Hier kann uns alles passieren. Das Random Gen läuft übrigens auf dem Nitratus aber nicht. Nur das Random Gen. Haben wir das schon erwähnt, dass es nicht läuft und dass wir da jetzt schon mehrere Stunden... Ich glaube, es läuft nicht. Ich habe Raphael's Treasure Map gefunden. Geil. Wir können einen Schatz suchen. Ich habe es gelesen. Dear Stranger. Äh, was called sweets and it would be long. Äh, ich lese mal kurz. Oh, crazy Jake has kidnapped him. Lass mir die Ruhm mit Kaffee her. Secret Supply Cash. Finde ich gut. Akzeptiere ich. Ja, dann akzeptiere und wir suchen den Schatz. Ist der jetzt eingezeichnet auf der Karte? Oder wie läuft das? Ja, also der Bereich, so habe ich es verstanden. Oh Gott, na das ist aber auch ein Stück. Da hinten. Komm mal zu mir, hier würde die Straße bei mir weitergehen. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Aber wollen wir da mal hin, das wäre doch voll spannend. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Also ich meine, gut, wir haben 1549. Wir müssen halt mal gucken. Wollen wir mal hier. Okay, das Ding liegt im Südwesten, also wir laufen falsch. Südwesten, okay. Südwesten, komm, wir nehmen den anderen Weg. Da ist die Treasure. Da ging es in eine andere Richtung weiter? Okay. Ach, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Komm, einfach Quellfeld ein hier. Also es war ein Stück, aber man trifft ja hier relativ schnell auf. Ähm, mal andere Straßen, würde ich sagen. 32 Grad Celsius. Über Hitze. Ja, du solltest mal deinen fetten Ledermantel da ausziehen. Ah, das ist super, Baby. Wollen wir eine Runde schwimmen? Das ist ein einziger See? Okay, jetzt schwimmen. Kommst du mit? Äh, okay. Im Einkauf ist das auch nicht ein Problem. Ja, aber was ist das für ein dicker See? Ich weiß nicht, das muss ja auch aufhören, oder? Äh. Komm, einfach schwimmen. Wir schwimmen und schwimmen. Ich schwimme ja. Und schwimmen. Einfach Leertaste gedrückt. Ich fühle mich irgendwie, was R? Leertaste gedrückt halten. Ach so. Einfach gedrückt halten. Dann geht das super soft hier, siehst du? Ich fühle mich wie Moses. Ja. Was war das? Wir gehen über den See? Was ist denn? Was ist denn? Oh, oh, Ausdauer, Ausdauer. Boah, das ist echt so groß. Ich wollte gerade mal auf die Map gucken. Der Sprint bringt nichts auf dem Wasser. Komm, wir gucken mal unter Wasser. Alter. Oder? Das volles Meer. Ich habe gerade so ein bisschen Angst. Deine Dieb. Jetzt kommt der Hai. Wenn sie... ... ... ... Ja, ich glaube es auch. Was kann denn sein? Das hört schon mal auf. Ich glaube jetzt... Nein, Quatsch. Also unter mir scheint jetzt der Hügel zu sein. Der Großer. Praktisch anzusteigen. Boah. Ich darf ja echt nicht runtergucken, sonst ersäufst du. Alter. Herr Gesangsverein, was ist denn hier los? Und ich bin auch nur 46% feucht. Das langt. Minja, ich sehe dich. Hallo. Ja, ja, ich sehe dich auch. Aber ich würde gerne... Oh, was war denn das? Das muss doch mal aufhören hier. Ist das vielleicht irgendwie ein Fehler im System? Nein, Quatsch. Die sind doch eigentlich nicht so groß. Das wird schon aufhören. Ja, aber das kann... Wann gibt es denn solche... Das ist ein Meer. Gibt es vielleicht einen Wasser-Chunk? Sag mal, sind wir die Ersten, die dann diesen Ort finden? Dürfen wir dann diesen See benennen? Ja, ja. Wie nennen wir den See? Äh, ja, ja. Ein See der Endlosigkeit. Wir haben 17 Uhr, gleich geht die Sonne unter. Ja, man kann jetzt nicht hier nichts passieren. Ich bin so hart überlastet. Aber ich ziehe mir, glaube ich, vom Wandel aus. Ich glaube, ein Mantel... Uns kann aber eigentlich nichts passieren hier auf dem Wasser. Wollte ich nur mal gesagt haben. Boah, es ist tief. Das kann ja nicht sein. Das muss doch irgendwann mal zu Ende sein, die Geschichte. Jetzt bin ich schuld, oder? Ich bin schuld. Du sagst, lass uns den anderen Weg gehen. Von wegen Weg. Da hast du mal geprahlt. Ich sehe hier keinen Weg. Ich will auch nicht auf die Map gucken, weil ich, ähm, es habe abzusaufen. Das würde ich schon mal ganz gern machen. Warte mal, ich mache es einfach mal. Ja, ich sauf ab. Ja, ja, klar saufst du ab, aber... Das sieht nach weit aus. Wie, wo wir hier laufen, ist normal Wald. Nein, das sieht nach weit aus. Also, das... Du saufst übrigens gerade ab. Schnell, schnell, schnell hoch mit dir. Äh. Ja, das war jetzt vielleicht nicht gerade der richtige Weg. Aber was soll's. Ich weiß nicht mal, wie es zurückgeht. Wenn ich dich jetzt als Orientierungspunkt verliere... Na gut, Südwesten. Ja, dann bist du Nordosten. Und das ist immer noch auf der Map. Du siehst das praktisch noch. Ja, 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 ja. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Weges geschafft. Na ja, ja, wir sind fast dabei. Aha. Ja, liebe Zuschauer, was haben wir denn? Das ist auch schon passiert. Ihr habt ja einen See gefunden, der sich als Meer entpuppt hat. Und ihr habt eine Frau vor euch, die ihr verflucht habt, die aber maximal 46% feucht ist. Du hast, was, du verfluchst mich? Du hast doch mit dem blöden Server so rumgemacht. Ich hab mit dem Server überhaupt nicht rumgemacht. Erklär's doch rumgemacht mit dem Server. Mach ich nicht, bin verheiratet, mach ich nicht mehr rum. Ähm. Was? Nee, hier. Hallo? Spielen? Das war... Ich hab noch nie so einen großen See gehabt. Den an den Weg gehen, hat sie gesagt. Würde Spaß machen, hat sie gesagt. Habt ihr nicht so... Bist du auch nur 46% feucht? Jo. Mehr geht nicht in meinem Alter. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaub, hier wird nichts passieren. Ja, Minjas, jetzt ist aber zu spät zum Umkehren. Was soll ich denn jetzt nur tun? Wir gehen jetzt zu Treasure Map, los. Vielleicht... Hier muss ja doch mal was passieren. Ich glaub nicht. Die Fusion ist ja nicht abgeschaltet. Ist das vielleicht der Fehler in unserem Server? Ist vielleicht der Chunk mit dem Wasser kaputt? Nee, wir haben ja den Server auch neu aufgesetzt. Mit einem anderen... Mit einem anderen... Mit einem anderen Seed. War jetzt eine Idee. Ja, stimmt. Aber interessant ist, Zombies können ja im Wasser rennen, ne? Aber sie können nicht schwimmen. Nee, das ist richtig. Das heißt, wir sind ja auf dem Wasser sicher. Ja, das ist richtig. Aber du darfst halt nicht absaufen. Also mit Schlafen wird heute nix, ne? Ich hab noch ne Pistole. Nein! Bitte nicht mich toten. Oh. Jetzt auf! Hast du nen Schuss gelöst. Ja, ja, außer See, ne? Ich versteh schon. Willst du nicht vor mir gehen? Du, ich glaub, hier ist ein Fehler im System. Aber es wird schön, auf der Karte wird's weiter gebildet, ne? Aber es kommt doch kein Land. Es ist doch kein Land in Sicht. Ja, das hat er... Hast du recht. Okay, liebe Zuschauer, ich mach sowas normalerweise nicht. Was? Ich kenn das nicht. Das ist ja unfassbar. Mit, ja, das nehm ich mit. Okay, es kommt Land. Ich komm zu dir runter. Ich dachte immer, ich wollte jetzt ausschließen, dass hier ein... Unfassbar. Nein, ich wollte ausschließen, dass hier ein Fehler im System vorliegt. Nein, es ist alles gut. Oh, guck mal, jetzt wird auch eingeblendet, wie viel Sauerstoff man noch hat. Vorher war nur dieses Sauerstoff-Symbol. Jetzt zählt ja auch, wie viele Prozent man hat. Oh ja, zählt sogar runter. Weißt du, den Counter des Todes. Aber da kommt echt ein Landstück. Das hab ich ja noch nie erlebt. Was ist denn da los? Was hast du denn? Random Gem. Ja, ich find, es hat, oder? Wir können ja nie wieder da zurück. Wir laufen übrigens unter Wasser. Guck mal, wie bescheuert das aussieht. Warte. Ja, wir laufen. Das sag ich ja. Ich sag ja, ich bin mehr Moses als, oh Gott, 19 Uhr. Bitte lass da hinten direkt eine Hütte sein. Ich glaub, da hinten links seh ich schon eine Hütte. Siehst du das? Nee, noch nicht. Doch, da, nee, das ist ein Stein. Hinten links? Ganz links? Hinten ganz links hat sich's noch nicht aufgepasst. Wie weit ist deine Sichtweise? Achso, was ist deine Sichtweise nicht so weiter? Ich hab zwei Pflanzen und einen Stein und einen Hügel. Nee, nee, weit dahinter. Weiter hinter? Ja, weiß ich nicht. Naja, das siehst du noch nicht. Oh Gott, 19 Uhr. Oh Gott, 19 Uhr. Ich fühle mich für diese Lange jetzt nicht verantwortlich. Ja, aber es sieht auch so aus, als wäre das hier der einzige Landfleck. Was ist denn mit diesem Random-Gent? Das ist hier geil. Alles unter Wasser. Ich mein, früher gab's nur Wasserproblemen. Darüber können wir uns jetzt nicht beschweren. Nö. Keine Ausdauer. Ich hab Durst. Wie? Du warst grad... Wir sind hier grad durch das Meer geschwommen. Jaja. 50.000 Kilometer. Wo wir überleben können in der Nacht. Hast du zu viel was zu trinken gelootet? Nee, gell? Jaja, doch. Ich glaub, ich hab was bei. Wie viel hab ich denn? Ja, ja, ja. Nee, Borta ist nicht das Problem. Essen ist das Problem. Äh, äh, Essen hab ich auch. Willst du haben? Alle Zombien... Nee, über das geht's noch. Lass das mal ein Stück weiterlaufen. 1942 ist natürlich jetzt auch die Frage. Bleib mal, aber wenigstens so, ähm, das ist jetzt mehr westlich als... Also da vorne ist ein zerstörtes Biom. Hier folgen. Ich hab dich gar nicht getrackt. Folge mir einfach. Das ist richtig, denn wir haben ja nur eingefallen. Aber das hab ich... Das hab ich noch nicht... Da bist du. Tracking-Bignas. Folge mir einfach, ich bin vor dir. Und sie sagt, folge mir einfach. Guck mal hier, du kannst auch die Kakteen auseinander... Kaktussen. Du kannst auch die Kaktussen zerstören und kriegst, äh, was zu essen raus. Ich wollt's nur gesagt haben. Aber hauptsächlich gibt's ja Gras draus, oder? Äh, ja, aber dann am Ende gibt's ja immer diese Kaktusfrucht. Ja. Wow. Sag mal, hier ist ja noch mehr Wasser. Ja, wir haben, glaub ich, hier Waterworld entdeckt, oder? Kann das sein? Ich glaub's auch. Hier gibt's richtige Inseln. Das ist schon krass. Also du läufst in die richtige Richtung, ja? Ja. Aber ich hab so das Gefühl, das Ding ist irgendwo im Wasser. Das Ding ist wahrscheinlich irgendwo im Wasser. Da drüben. Nicht weit von hier. Ich kann's ja mal sharen. Ups. Warte, ich mach mir da mal den Punkt. Waypoint. Ja, wir haben gleich 22 Uhr. Ja. Ich schreib da mal Schatz hin. So, das Ding. Share Waypoints. Ella ist da. Kannst du dir angucken, wo das ist? Oh, ich hab auch Hunger. Ist das ein Fehler, oder? Wenn das Ding im Wasser ist, haben wir schlechte Karten. Oder ist das so eine Kiste, die einfach rumliegt? Ja, aber was ist denn mit dieser Map los? Was ist denn hier mit dieser Map los? Die ist doch völlig kaputt, oder? Nein, das sind jetzt diese Seen. Die eingefügt wurden. Das sind Seen? Das ist kein See, das ist ein Meer. Komm, ich schwimme da jetzt raus. 22 Uhr, ich hab keine Lust, gefressen zu werden. Du willst jetzt praktisch... Vielleicht find ich noch die Kiste. Okay, können wir nicht tricksen mit Woodframes? Oder fließt das Wasser mittlerweile da durch? Na, du musst den ja irgendwo draufbauen jetzt. Also ich hab zwar einen Woodframe, aber... Ja, und dann aushüllen. Wir können uns so eine Art... Nee, das Wasser fließt aber, ne? Das geht nicht. Wie, was? Also doch, wir können uns draufstellen, dass wir nicht absaufen. Das geht. Ja? Mhm. Und Schatz. Oh Gott, ich glaub, ich bin hier, aber... Nee, noch ein bisschen. Aber wie haben die sich das denn vorgestellt? Ja, normalerweise ist das Ding so ein paar Blöcke verbuddelt im Boden. Im Boden. Na super. Ich fühl mich verarscht. Ich mein, das ist ja hier mitten auf dem See. Oh ja, das ist direkt unter mir jetzt. Angeblich. Ja, aber ist doch Quatsch. Also ich sage, die Map ist kaputt. Ich sage, die Map ist ganz in Ordnung, weil das sind jetzt Seen. Aber ich habe Land, Minyas. Du hast Land? Land in Sicht. Komm mal. Man könnte sich natürlich unterirdisch ranbuddeln, ja klar. Aber nein. Nein, ich dachte, dass man, weißt du, dass man Woodframes setzt und die dann wieder wegnimmt, dann ist das Wasser verdrängt. Ach so, nee. Was man natürlich machen könnte, konnte man beim Eimer, wir können auch keinen Eimer machen, man konnte beim Eimer ja Wasser entfernen, ne? Ja, aber das ist auch viel zu viel Wasser. Guck mal, das sind ja mehrere Plätze übereinander. Okay. Ja, ihr Lieben, wir schwimmen weiter aufs Meer hinaus. Werden wir Land entdecken? Man weiß es nicht. Ich sitze auf einer Insel. Crafting Level 5 und kurz vor 22 Uhr mit einem Wasser zu sein ist super. Da kommen nämlich Zombie-Haie. Haben sie neu gemacht in der 14.4? Will ich nicht erleben. Vielleicht erlebt ihr in der nächsten Folge, wenn wir dann noch da sind. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.